moin moin und herzlich willkommen zu einem 15er spitzen des aufstiegs wollen wir mal gucken ob wir den geknackt kriegen mein equipment hat sich in den letzten drei wochen wo ich die kieser also ich habe die kies an einem tag aufgenommen hat sich noch nicht wirklich viel verändert wird sicherlich eine coole geschichte mal ein bisschen rausballern zu 51er und dann geht's ab nach dem intro bis gleich so knüppeln den 15er jetzt hart komm mal machen wir weg die brüder der ober bastion hier gucken was da kommt mit der mensch ich glaube ich bin gespannt auf den dodo der dodo hat fast eine 3000 erwertung er sollte ordentlich raus geben können heute ja das ist sehr nice sehr sehr gut den hole ich mir einen die waffen werden das gut unterbrechen wir mal er schubst auf jeden fall das finde ich sehr sehr nice da muss ich mich jetzt tatsächlich auch kurz konzentrieren hier ja geil der hat die dinge rausgepackt die bäumchen sehr geil sehr sehr geil bäumeli da gehen wir raus dann nehmen wir mit alles mitnehmen hier ein bisschen speed up passt next habe ich irgendwas vergessen da unten das sind nur geister die spitzen des aufstiegs die doktrin unterbrechen ganz wichtig das ätzende ist dass wir hier die geister jetzt trotzdem mit weg machen müssen muss so ein bisschen dumm der schubs das ist sehr sehr gut schön wenn da mitgedacht wird und dass der tank als letztes das gut erst mal dampferfreundliches dungeon muss ich mal so sagen neun wochen jetzt ohne rauchen zum zeitpunkt des videos dreizehn wochen dann auch kommen 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 jetzt sogar go 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 don't have time da ist was durchgegangen ich glaube die faust ist durchgegangen würde des wissens konnte er hat das einmal eine faust durchgegangen hier unterbreche ich mal wir kriegen ein bisschen waff jetzt sehr schön nochmal diese damage zahlen was geht alter gleich weitermachen hier gar nicht lange warten da geht was sie haben ja gleich mal alle mitgenommen hier zehnmal so hinstellen dass das dass das hier passt sehr schön weil ich alle weg machen über kopf schlitzer das tat jetzt ein bisschen weh den haben wir auch den die wieder zusammenziehen geteilter life pool das ist der hintergrund der ganzen geschichte da gehen wir mal raus dass ich hasse das positionen hier ich hasse es ich hasse es okay muss ich noch mal gucken irgendwas tiefe verbindung hat mich gehettet ich fühle diese verbindung gerade ja das ist seine verbindung da sein draht nach hause der junge wo guckt er hin da guckt er hin würde euch jetzt kommt der noch sehr schön ich will mich nur nicht erwischen das von dieser scheiße ich kann hier wer geht jetzt sowieso wieder hoch das ist gut wo ich den steht jetzt gleich hätte gut gebrauchen kaffee das ist doof gewesen jetzt hier okay eigentlich könnte ich da hinten stehen bleiben aber gott 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 ich ersetzen ich muss da einfach nur alle herunter kommen jetzt sehr schön nicht das ist mitgedacht von dem droiden ich brauche noch nicht einmal gottes schild benutzen hier das ist mega nice keine stapel mehr drauf eine stapel nix das ist sehr gut diese geister ne so hier komm mal her kommt er jetzt runter er kommt runter her den habe ich verloren das ist nicht gut so mal einen einzelnen weg machen da weiter weiter das sind nur noch geister ne ja es sind nur noch geister ach da sind sie dann kann man auch gleich mitnehmen das ist immer total schnuddudduddudduddudel wenn man den einfall macht ta nur wirklich heranzukriegen das ist was das das ist so angenehm mit dem tor적인 schönes ich muss halt keine geklatscht kriegen um ressourcen zu generieren das passiert beim paladin fast semi automatisch die ich da hinten noch mit weg machen den einzelnen dann mal wegknöppeln ja passt wenn ich sterben dieser scheiß geist was mit dem ich richtig gehe weg hinfort mit dir hier kommt man direkt her so hüpfe kack brüder alter das mag ich gar nicht wenn die so einzeln rumhüpfen hier kann ich mal einfach die stapel abbauen ja sehr nice einfach mal ein schritt von den gegnern weg easy peasy immer stannen auch gleich schon die nächsten polen hier und die erste rebellische fraus die zweite geht durch scheiße mit scheppens aber das ist mir dann doch noch ein bisschen zu scheiße geht durch mist ok jetzt machen sie beide anima wieder aufladen zeitpunkt mal ein bisschen zu verschnauchen da xmi ok 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 da hinten war ja auch noch einer kleiner bruder der sich da versteckt er ist nervig den ist da nicht jetzt weg in der hoffnung dass der schnell getötet wird der du du ne ich würde den am liebsten federkissen schenken gefällt schmeckt spielt awesome sonst kriegen ja immer nur tanks und heiler das lob aber der du du macht seinen job da ganz gut auch hier immer schön mit die bäumchen da benutzen wundervine ich freue mich auch dass der damage gut stimmt hier ich freue mich auch dass der damage gut stimmt hier ich freue mich auch das passt dann können wir hier den 1 das wird witzig jetzt was sagt er mit frist das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden was er da wollte und mir weil die fist die ist jetzt nicht so schlimmer das ist nur eine fist next ok gleich mal hier rein knüppeln ich bin immun jetzt hab die akku von allen sniper die doch raus und alles ist gut und ist ja alles gar kein problem mehr jetzt kann der droide mal so ein bisschen ausrasten da wollen wir eben 20k dps fahren wollen wir auch nicht so willst du vielleicht noch eine atombombe haben oder sowas die können wir ignorieren jetzt alle dort ich habe mir gerade so überlegen dass scheiße wenn ich jetzt nicht auf den knopf gedrückt hätte mit der aufnahme hätte ich mich geärgert okay so schönes dungeon gefällt schmeckt ja der schwadrons führer ja ne das schwert ist cool so den richtigen anvisiert haben hammer in die hammer in die klöten weggeengelt den bruder den habe ich noch dahinten der ist auch tot jetzt jetzt kommt noch mal eine harte gruppe leider kein gotteschild ready das ist ein bisschen doof so zack und weiter geht's endlich bin ich mal letzter platz vom damage her so muss das nämlich eigentlich auch sein dann nehme ich mal einen trank ah ne ist schön er hat das mit den bäumchen geregelt bäumchen bäumelie bäumelie einer mal vollgepumpt da warum kipp um da jetzt ein stapel also jetzt bin ich tot noch nicht naja huiuiui da musste ich immer intensiv meine lebenspunkte balken begutachten ne ok passt aus pull ok die habe ich alle zweimal da sind die kugeln das war knapp das ist schon ein unterschied ob das ein 10er oder ein 15er ist so gefühlt da ist wieder die nächste suppe von dem scheiß jetzt so nicht das ist noch vorbei die phase die und und die 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 Mal kratzen da. Vier Prozent noch. Musst ja aber auch eben halt dementsprechend schnell getötet werden, ne? Scheiße. Fuck. Fuck, 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 come on. Das geht gleich in die Hose, ne? Scheiße, 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 scheiße. Uuuuh. Nein. Fuck, 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 das geht in die Hose. Das geht so in die Hose. Oh, lalalalalalalalalalalalalala. Lalalalalala. Doch nicht. Das Wopac, das ist natürlich auch nicht schlecht. Da denke ich auch nie dran, ne? Aber wirklich never ever. So what? Der Skip war doch mal gelungen jetzt. Läuft. 0,7 Prozent noch. So, komm ran hier. Komm ran. Oh, shit. Ah, dann machen wir das so. Ja, so rum geht auch. Sogar noch ein bisschen wieder Zeit zum Aufladen hier. Sehr nice. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall alle nötigen Prozente. Und ich hab die Agro nicht. Shit. Die ist dann mal wieder vollgeknüppelt. Sehr schön. Machen wir die mal weg hier. Dann kann ich nämlich gleich direkt von hier. So, brauchst du schon. Eigentlich müsste ich den Key hier als allererstes hochladen. Alle zusammen. Ja, sehr schön. Und dann den Slam on me. Der ist da auch noch mit dabei. Sehr schön. Jetzt kann man ja noch mal ein bisschen Gas geben. Der ist halt ein bisschen dicker, ne? Da brauchst du jetzt, der hat einen hohen Lebenspunktepool. Gefühlt der Brody. Alle zusammen. Und raus da. Oh je, 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 je. Das geht auch ganz schön auf die Knochen hier. Kann ich mal wieder aufladen. Alles mal einsammeln hier. Und das geht zumindest einmal. Danach ist es düster. Aber dann wird er jetzt, glaube ich, auch gleich liegen hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlemm. Mal ja dicht zusammen hier. Und raus. So. Braucht ihr wieder Druck, Welli? Druck, Druck. Oh, jetzt wirst du aber frech hier mit draufhauen, ne? Okay, jetzt kommt er wieder mit dem Zusammensammeln. Scheiße, fuck, das erwischt mich jetzt. Ah, das war knapp. Gefühlt war das sehr knapp, ja. Aber, ey, so was. Manchmal ist das so. Bam. Und jetzt nur noch die letzten drei und dann der Endbombs. So geil. So, gib ihm. The minute on your trinket. F-Wort. Anlegen, anlegen. Also, okay, ich bin da nicht gemeint. So, flieg hoch da. Komm runter da. Oh. Autsch. Ich glaube, wenn ich hier stehen bleibe, dann müsste das gut sein. Mal ein bisschen hochdrehen. Na ja, passt. Das sei denn, der macht jetzt gleich nochmal da hinten wieder einen hin oder so. Ja, da macht er einen hin. Das ist ein bisschen doof hier. So, hier können wir stehen bleiben. Passt. Next one. Gleich runter holen. Im Ruder. Fronten und me. Fronten mal woanders hin. Das geht doch noch die Musik aus, ne? Was ist da los? Auf den letzten Metern geht die Mucke aus, oder was? Weil ich schon ein bisschen länger dabei bin, deswegen. Oh, hä, da habe ich jetzt gepennt. Mehr auf die anderen Flächen da geachtet. Oh, 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 au. Ach, da renne ich auch noch rein, ne? Ich Idiot, Alter. So. Habe ich laut gesagt. Habe ich auch verdient, ey. Ja, sehr schön. Gleich wegknüppeln hier. Mit, mit Speer. Sehr geil. Laden nach Speer. Der ist halt so unangenehm. Okay. Jetzt stellen wir uns mal irgendwo hin. Da, wo noch was bisschen Platz frei ist. Yes. Mal eben schnell die Musik wieder anmachen. Raus geht's. Ja, die Dinger brauchen wir ja auch noch. Okay, jetzt haben wir's. Okay, ach Gott, in die richtige Richtung gechargt hier. Sollen wir mal in die richtige Richtung gehen auch. Detonation. Ab in die Bastion. Oh. Ah, Fläche. Fläche, Fläche, Junge. Und wieder durchchargen. Er legt gleich... Ja, genau, legt die da hinten ab. Das ist gut. Okay, wollen wir einen weitermachen? Danke. Jetzt kommt der Hasspart gleich hier. Das scheiß Kugeln einsammeln und hoffen, dass man ihn auch trifft, ey. Kann eigentlich auch noch draufkloppen hier, ne? Gut, gucken, wo was hingeht. Der Droide kann sich den holen. Ich hol mir den. Und einen da hinten noch. Okay. Besser. Move, 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 move. Okay, er hat schon geworfen. Geil. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, 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 gut. Dann muss ich den Scheiß nicht machen. Ich hasse das Speerwerfen hier. Ich mag das wirklich nicht. Okay. Oh, la, 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 la. Detonation. Und wieder Charge. Macht er da wieder einen Charge, ne? Der muss sich einfach mal aufladen, der Bruder. Achtung, ich detoniere. Halt, stopp. Jetzt detoniere ich. Bitte, wer schmeißt den irgendjemand anders? Aber nicht ich jetzt. Wer schmeißt den jetzt? Naja, schmeißt den schon. Sehr gut. Phase 1. Done. Die ist dann. Die ist dann. Plus 2. Nice, Alter. Geschafft. Und gleich einen Erfolg noch dazu gekriegt. Mit Bing, 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 Bing. Gleich ein paar Conduits. Jawohl, läuft. 265er Conduits. Das muss auch endlich mal sein hier. Keine Beute, aber ist auch egal. Yes. Fertig. Es geht. Auch mit 250er Equipment. Und also, wir sehen uns im nächsten Montags Dungeon. Lasst dir gut gehen. Bis dahin. Erstmal. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Video-Vorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an. Ich würde mich darüber sehr freuen.